Herzlich Willkommen zum vierten Teil von Let's Portal Portal! Wir nähern uns der Testkammer 19. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Hier Kuhu 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 Ted. Ich glaube, die hat eine Macke, die Alter. Ach so, ähm... Ich habe einen Zellen. Er... Dammit? Dammit! Dammit. Dammit! Aua! What the fuck! Okay, also das wird nichts. Ähm... Hopp! Ja, das liegt an der Unten, bis ich überlande. Äh... Fuck! 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 Was mach ich jetzt?! Huah! Oh Gott! Kuchen! Gratulation! Der Test ist vorüber! Aaaaaah! Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Du kannst mich mal! Ich werd' hier nicht verrecken! Da kannst du schön wen anders suchen, ey! Ich muss hier raus! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Und ich werd' nicht sterben! Juhuhu! Arma quais jetzt! Ich... Hast nits zu sagen! Genau siehst du aus! Ich hoffe, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, und wir so tatten, als wollten wir sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Du kannst mich mal, Schwester. Wir geben eine Party zu Ihren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Partymitarbeiter, das kann sich nicht mehr in den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. So blöd sehe ich aus, ne? Ich habe einen Schraubenschlüssel. Ich werde ihn benutzen. Hopp! Ja, natürlich bin ich noch hier. Ah, die Tür geht nicht. Ich dachte, ich kann auch nicht. Kann ich, glaube ich, auch. Ich muss mir mal eben was überlegen. Ich glaube, ich muss da irgendwie in die Mitte kommen. Hopp! Jawoll! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Okay. Liegt aber auch noch. Das ist ein Arschlöcher. Das ist ein Arschlöcher, das ist ein Arschlöcher, das ist ein Arschlöcher. Nein. Es ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wo man ist. Hopp! Und... Excuse. Aber ich kann hier nichts auf dem Boden nehmen. So, aber da. Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Halt die Klappe. Hallo, ist da jemand? Nein, wir reden nicht mehr mit dir. Hoppala! Woohoo! Party time! Das ist ja wie im Heidepark. Woohoo! Woohoo! Okay, der Test ist vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabe-Komplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Oh je, der Kuchen ist abgeschnitten. Ich hab gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollen nicht. Es ist einfach auf das, wenn Sie nicht warten. Ist das die Sicht von mir? Dammit! Das sieht aus wie jemanden, der tut, was man ihm sagt. Ich muss da irgendwie raufkaufen. Ich frage jetzt wie. Was soll ich jetzt hier? Ich weiß nicht, ich möchte da eigentlich nicht runterfahren. Bin ich ja ganz ehrlich. Komm, steh wieder auf. Äh, ich brauch jetzt mal irgendwie so ein Kottel. Halsen, 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 halsen. Halsen, halsen. Das ist das Eins, der ich weiß. Ich weiß nicht, wie die Physik hier ist. Halsen, halsen. Hopp! Ja, ja. Ja, ja. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Raus hier. Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Einfach nicht mit ihr reden. Dann wird sie uns schon in Ruhe lassen. So, da müssen wir also hoch, ja? Ja, das kriegen wir doch gebacken, ey. Nein, die kriegen wir nicht gebacken, scheiße. Ja, das war auch lustig, ey. Und... Fuck! Hä? Ey, Moment mal. Ich dachte, ich komme da hoch. Scheiße. Jetzt. Was sind die Löcher? Na ja, muss man so. Ich glaube nicht, dass er da mal eben überspringen kann. Das ist so easy going! Hopp! Hat es nicht auch Spaß gemacht? Als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald. Und sie riefen... Oh nein! Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Ja, total witzig. Wie wäre es mit, ähm, zwei Wörtern, du kannst mich mal. Hopp! Du kannst mich mal, Gladus. Du kannst mich mal an die Füße passen. Alle, hopp! Hey! Fick dich! Woohoo! Dammit! Wait, 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 wait. Du will not. Zack! Und... 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 Rolling, rolling. Woohoo! I love it. Und... So... Woa! Wow! What the fuck! Du bist du bist! 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 Ich glaube nicht, dass ich hier falle, ich bin Schöpfer. Es ist noch nicht zu spät, zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Echt? Nee, danke. Klar ging es mir irgendwie nicht ganz so. Ähm, zack! Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. See you soon! Woohoo! What the fuck? Ach nö, Leute. Sie sehen, woher links gehen soll. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Und lachen. Also ich kann darüber nicht lachen. Kommen Sie noch einfach zurück. Geronimo! Woohoo! Ja, daran hat man Spaß, würde ich mal sagen, ey. Und bevor wir jetzt hier in den Abgrund springen, muss ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen beim vierten Teil von Let's Portal Portal in Portal 1.